Ich möchte euch in diesem Video etwas erzählen zu einem relativ modernen Nutzungsschnittstellen-Trend in der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen, der zu tun hat mit der grundsätzlichen Farbgestaltung, mit der Gestaltung von Objekten am Bildschirm und vor allen Dingen dadurch viel zu tun hat, damit wie am Bildschirm eigentlich gelesen wird oder wie gut man am Bildschirm lesen kann. Es handelt sich um das Thema Dark Mode, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gehört. Für diejenigen, die es vielleicht nicht gehört haben, was ist denn Dark Mode? Sowas ist zum Beispiel Dark Mode, also dass Folien zum Beispiel so aussehen würden oder auch ganze Apps so gestaltet werden, nämlich mit hellem Text, hellen Objekten könnte man auch allgemeiner sagen, auf einem dunklen Hintergrund. Das nennt man auch Negativdarstellung. Also in wissenschaftlicher Literatur wird die Bezeichnung schwarzer Text auf weißem Grund in der Regel Positivdarstellung genannt und weißer Text auf schwarzem Grund oder hell und dunkel kann man auch jeweils nehmen, wird dann entsprechend Negativdarstellung genannt. Historisch war das Standard. Warum ist es ein bisschen schwierig zu sagen? Es hatte sicherlich auch technische Gründe, denn so ein Bild wurde ja bei so einem Röhrenmonitor dadurch dargestellt, dass so ein Kathodenstrahl mit großer Kraft quasi Elektronen vorne auf einen Bildschirm brachten, der dann zum Glühen angeleuchtet, angeregt wird oder zum Leuchten angeregt wurde. Und das war natürlich auch verschleißunterworfen. Sowohl die Elektronik oder Elektrik ist es viel besser gesagt, die den Elektronenstrahl hervorbringt, als auch, sagen wir mal, die Schicht vorne, das verschleißt mit der Zeit. Und so kann man sagen, wenn man möglichst wenig hell erleuchtet, halten die Dinger länger. Das wird wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen sein. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass früher die Bildwiederholraten von diesen Systemen nicht unbedingt riesig hoch waren. Also es waren häufig 50 oder 60 Hertz Bildwiederholfrequenzen. Und die sorgen schon dafür, dass es relativ sichtbar flackert. Und kleine flackernde Bereiche, kleine flackernde Buchstaben oder kleine Bereiche auf dem Bildschirm, die mit niedriger Frequenz wiederholt werden, ist nicht so unangenehm, wie wenn eine große Bildfläche flackert. Der Hauptgrund dürfte aber vor allen Dingen ein Wahrheit so sein. Es hat sich so entwickelt, dass aus der Radartechnik heraus hervorgehend, wo ja einzelne Punkte auf einem Schirm beleuchtet wurden und der Rest schwarz war, sich die Computerbildschirmtechnik entwickelt hatte. Und dann sind wir halt darüber gelandet, dass wir weißen Text auf schwarzem Grund haben. Mit dem Übergang zu Betriebssystemen, die nach der WYSIWYG oder WYSIWYG nach dem Paradigma arbeiten, also wo man Dokumente erzeugt hat, die man am Bildschirm so erzeugt hat, wie man sie hinterher auch ausgeben wollte, generell diese Dokumentenmetapher einzugehalten hat. Da hat sich das Ganze gekippt. Ab dem Zeitpunkt kann man so einen Übergang feststellen in schwarzem Text auf weißem Grund. Und ja, das hat sich dann gehalten sehr lange und durchgesetzt. Vor einigen Jahren war dann der Dark Mode, wie man es hier sieht, ein ganz großer Trend. Mittlerweile ist der schon, sagen wir mal, so ein bisschen wieder im Rückschwung, was immer interessant ist. Es geht im User Interface immer in so Wellenbewegungen dadurch. Während vor ein paar Jahren noch viele Betriebssysteme groß damit Werbung gemacht haben, dass sie jetzt endlich auch Dark Mode haben, ist man bei Microsoft zum Beispiel übergegangen und hat dem Windows 10, was relativ dunkel von der Gestaltung im Großen und Ganzen schon war, irgendwann gesagt, jetzt endlich auch einen hellen Modus. Also, dass die Taskleiste dann zum Beispiel im Standard nicht mehr schwarz war, sondern weiß. Und so ist sie ja auch bei Windows 11. Man kann das umstellen, aber der Standard ist vom dunkleren Modus eher zum helleren Modus gelaufen. So läuft es immer hin und her. Wir betrachten aber den Dark Mode, der sich ja großer Beliebtheit erfreut, gerade auch unter Informatikstudenten, wie ich immer wieder festgestellt habe, eine große Beliebtheit unterworfen ist. Die Frage ist immer, warum eigentlich? Und da werden viele Gründe angebracht. Ich habe hier mal ein paar gesammelt von namhaften Herstellern. Also eigentlich die Großen alle dabei. Gucken wir mal, was sagt Google. Erstmal beschreiben sie, was es ist. Und dann sagt Google, they help, also dark themes, deswegen nicht dark music, they help improve visual ergonomics by reducing eye strain. Also die Belastung des Auges wird angeblich hier vermindert. Was sagt Apple? Apple sagt, wenn ihr unten guckt, da steht auch was von easy on your eyes. Aber sie sprechen unter anderem von einem dramatic new look, was auf einer ganz anderen Ebene natürlich ein Argument ist. Aber sie sagen auf jeden Fall auch, und das ist eigentlich interessant, da werden wir uns am Ende nochmal drauf beziehen, dass es das einfacher macht, dass man sich auf die Arbeit konzentriert. It makes it easier to stay focused on your work. Okay, nehmen wir erstmal so hin. Microsoft beschreibt es auch, dass es das gibt und dass man das mit den Microsoft Tools auch kann. Und naja, sind einige Gründe angegeben. Reduce eye strain ist wieder einer. Improved battery life ist auch zum Beispiel einer, der immer angegeben wird, der aber jetzt für die Ergonomie nicht so wahnsinnig interessant ist. Und aesthetic appeal wird auch angegeben, da sind wir natürlich wieder auf einer anderen Ebene unterwegs. Wenn es um die Ästhetik geht, sind wir außerhalb der Ergonomie unterwegs. Schlussendlich habe ich noch ein Zitat hier von Evernote. Evernote ist ja so eine Notizbuch-App, wenn man verteilt im Netz synchronisiert Notizen machen kann. Die haben auch einen Dark Mode eingeführt. Und die sagen, das macht das Lesen und Schreiben einfacher. Okay, nehmen wir auch erstmal so hin. Oft wird so eine Begründung angegeben, die stark mit der Physiologie des Menschen zu tun hat. Ich habe hier zum Beispiel einen längeren Text gefunden zum Dark Mode auf einer Webseite einer Agentur Feicht Media. Und jetzt lesen wir uns mal diesen ersten Absatz da durch. Was steht da? Die Nutzung des Dark Modes hat auch einen Vorteil hinsichtlich deiner Gesundheit. Genauer gesagt für deine Augen. Denn wie wir alle wissen, sollte man nie direkt in die Sonne oder eine Lampe sehen. Das ist anstrengend und auch nicht gesund. Okay, also wird jetzt so gleichgesetzt, das was wir jetzt jahrzehntelang gemacht haben, nämlich auf helle Bildschirme geguckt, mit schwarzem Text drauf, dass das sehr anstrengend ist für die Augen und eigentlich sogar so dumm ist, wie wenn man direkt in eine Lampe guckt oder irgendwie direkt in die Sonne gucken würde. Okay, solche Beschreibungen findet man oft oder fand man oft, wenn man heute mal guckt über Dark Mode, dann findet man interessanterweise sehr viele abwägende Artikel oder auch Artikel, die extrem dem entgegensprechen. Dann wollen wir mal gucken, was es damit eigentlich auf sich hat. Was jetzt kommt, habe ich übernommen von einem eurer Kommilitonen, der bei mir eine Bachelorarbeit zum Thema Dark Mode gemacht hat und da sehr, sehr umfangreich sowohl geguckt hat, wie der eigentlich dargestellt wird, als auch eine Umfrage gemacht hat. Und vor allen Dingen aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Dark Mode sehr übersichtlich zusammengetragen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Diese Arbeit war wirklich gut und umfangreich und hilft mir jetzt hier, euch über den Dark Mode mehr zu erzählen, als ich das zum Beispiel noch im letzten Jahr getan habe. Und es hat sich auch tatsächlich in meiner Bewertung zum Dark Mode ein bisschen was geändert dadurch. Zunächst einmal gucken wir uns an, was so andere Leute dazu sagen, ob der Dark Mode eigentlich genutzt wird oder nicht. Und das ist natürlich sehr exemplarisch, was ich hier mache. Es sind zwei Befragungen jeweils im Webseitenumfeld gewesen, wo so gefragt wurde, nutzt ihr eigentlich Dark Mode? Vor allen Dingen die zweite war auch noch komplexer, da wurde auch noch gesagt, seht ihr eine Zukunft darin und so weiter und so fort. Aber was interessant ist an dieser Stelle, sind die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse. Schaut euch mal das erste an, das ist von einer Website, Android Authority, also eine Fachwebseite über Android. Kann man sich vorstellen, was das wohl für Nutzer sind, die da so drauf gehen. Und dann seht ihr, aha, was steht da? 91,8% der Leute, die abgestimmt haben, nutzen Dark Modes auf ihren Smartphones und nur 8,2% benutzen es überhaupt nicht. Ja, aber das ist ja schon ein krasses Ergebnis, also dann Dark Mode ja unglaublich beliebt. Das andere, da geht es um E-Marketing. Da wurden Leute befragt und da steht, 63% der Befragten nutzen den Dark Mode nicht. 37% nutzen ihn. Es gibt da interessanterweise auch unten, wenn man weiter unten mal guckt, 20% interessiert der neue Anzeigemodus nicht und 10% wissen nicht, wie sie den Dark Mode aktivieren können oder ob ihre Geräte das unterstützen. So, jetzt kann man sich fragen, wie kommt es zu diesen Unterschieden? Und es ist ja ganz klar, es hängt damit zusammen, wen man fragt. Das erste, da werden so ein bisschen böse gesagt die Nerds unter sich sein und offensichtlich wird da viel Dark Mode benutzt. Und bei dem E-Marketing hat man eine viel allgemeinere oder auf jeden Fall ganz anders strukturierte Gruppe, die man befragt. Und da ist der Dark Mode gar nicht so beliebt, auch nicht wahnsinnig unbeliebt, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber immerhin eine Zweidrittelmehrheit fast nutzt ihn nicht. Das ist ja schon eine auffällige Aussage. Was dann gemacht wurde, ist, es wurde eine eigene Umfrage gestartet und die war durchaus auch breit angelegt, zu Corona-Zeiten online gemacht. Aber es wurde darauf geachtet, dass jetzt nicht nur eine einzelne Zielgruppe da war, dass das jetzt nicht nur als Informatiker waren oder nur alles junge Studenten oder so, sondern ihr seht ja 80 Teilnehmer, männlich-weiblich ziemlich gleich aufgeteilt, Alter auch ziemlich gleich aufgeteilt. Und was seht ihr da? Die Bewertung von Dark Mode und Light Mode. Wenn ihr euch dieses Bild anguckt, was sagt das aus? Das sagt aus, die Leute mögen in der Tendenz entweder das eine oder das andere. Es gibt also nicht viele Leute, die sagen mal so, mal so oder beides hätte seine Vor- und seine Nachteile, sondern man entscheidet sich bei Dark Mode und Light Mode quasi in so einer Polarität. Das ist ja schon mal interessant zu sehen, dass das so der Fall ist. Was dann rauskam, sehr interessant, wenn man mal guckt und mal guckt, versucht Gruppen zu finden. Und zwei Gruppen bieten sich an und eine ist, dass man eine Unterscheidung macht nach dem Alter. Und wenn man das macht, dann sieht man, jüngere Leute haben eine starke Präferenz zum Dark Mode und ältere Leute haben eine starke Präferenz zum Light Mode. Wie kommt das? Hat sicherlich mit Gewohnheiten zu tun. Junge Leute sind vielleicht auch stärker mal darauf aus, irgendwas Neues, Hippes, Cooles sich anzugucken. Ältere Leute werden, da wird es viel mit der Gewohnheit zu tun haben, dass sie das User Interface so haben wollen, wie sie das kennen und wie sie das seit längerem immer noch gewohnt sind. Wir werden gleich auch nochmal gucken, ob es auch ergonomische Gründe gibt, dass die älteren Leute eher den Light Mode sich angucken und die jüngeren eher den Dark Mode. Aber ich würde mal hier annehmen, dass es da erstmal nicht dran liegt. Die vielleicht noch interessantere Unterscheidung, und das Bild sieht jetzt sehr ähnlich aus, ist dieses Bild hier, nur die, es ist eigentlich sogar noch krasser, wenn ihr euch die Zahlen anguckt. Also es geht noch viel mehr in Richtungen. Die Divergenz ist höher. Und was kommt hier raus? Frauen präferieren den Light Mode in der Tendenz, Männer präferieren den Dark Mode in der Tendenz. Und da kann es jetzt mit biologischen Eigenschaften wirklich überhaupt nichts zu tun haben, also mit der Ergonomie in dem Sinne auch nicht. Und man kann sich mal fragen, woher das kommt. Und, naja, dann überlegen wir mal, wie wir denn eigentlich geprägt sind, welche Farbkombinationen wir irgendwie als zu uns passend oder so empfinden. Und wir geraten ganz stark in eine Diskussion rein, in den Relevanzbereich, wenn man das Ariadna-Modell reinnimmt, die Kultur und wie wir da geprägt sind. Ich habe mal bei Google gesucht und habe einfach mal nach Deo gesucht. Und zwar habe ich einmal nach Deo für Männer gesucht und einmal nach Deo für Frauen gesucht. Das Ergebnis seht ihr hier. Und ihr seht, Deo für Männer, Dark Mode, Deo für Frauen, Light Mode. Das ist etwas, was sich in unserer wahren Kultur so etabliert hat. Also bei Frauen sieht das leichter aus irgendwie. Und bei Männern hat das irgendwie was Schweres. Häufig sogar was Technisches, was man gut an diesem Beispiel hier sieht. Das Problem, also wer mich hier schon live gesehen hat, weiß, ich habe hier oben auch so eine Pläte. Männer kriegen Glatze. Und gegen Glatze gibt es angebliche Wundermittel in Form von Shampoos. Hier dieses Koffein-Shampoo, das ich hier mal hier rausgesucht habe. Und das soll die Haare widerspießen lassen. Gut, jetzt schaut euch mal an, wie das aussieht. Das ist so eine richtige Dark Mode Sache. Relativ dunkel, starke Kontraste und dann dieses Rot, Rot und Schwarz. Die Kombination. Wenn ihr mal daneben euch das anguckt, da haben wir einmal so ein Motoröl und einmal so ein Zusatz, so ein Motorzusatz, in den man da reinkippen kann. Und das Design ist verdammt ähnlich. Produkte für Männer, gerade Kosmetikprodukte, werden häufig so gestaltet, dass sie irgendwie sehr technisch aussehen. Dass man irgendwie so den Eindruck hat, man ist hier an so einen Motor zugange und optimiert vielleicht so einen Motor. Ja, also dieser Dark Mode dieser Art, der wirkt offensichtlich technischer, männlicher, cooler für Männer. Also da ist irgendwo eine so ein Marketing- bzw. so eine Werbeidee steckt dahinter. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter kritisieren und bewerten. Vielleicht habt ihr ein bisschen an meinen Aussagen bemerkt, ob ich das auch etwas albern finde. Aber es ist so. Und was hier wichtig ist vor allen Dingen, dass das mit uns eigentlich jetzt nichts zu tun hat. Denn wir sind hier im Bereich der User Experience unterwegs. Es hat nichts mit Ergonomie zu tun und auch nichts mit Gebrauchstauglichkeit zu tun, was hier passiert. Das ist reines Gefühl. Also hier wird ein Image mitverkauft. In dieser Art von Dark Mode. Und wir können davon ausgehen, dass das im Dark Mode für viele Apps ebenfalls der Fall ist, dass da ein Gefühl mitverkauft wird. Es kommt sicherlich nicht ganz von ungefähr, dass gerade viele Apps, die sagen wir mal in so eine Tendenz, in so eine technische Szene gehen, irgendwie ins Hacken, ins Programmieren oder so, dass die früher schon gerne mal einen Dark Mode hatten. Das hat auch tatsächlich gebrauchstaugliche und aeronomische Gründe, manchmal, aber nicht immer. Und vieles davon ist einfach so dieser User Experience Effekt, der hier erzielt werden soll. So, nun wichtig ist es jetzt nicht irgendwie nur so hier zu schwadronieren, ob den Leuten etwas gefällt oder nicht, sondern zu gucken, was gab es für wissenschaftliche Experimente dazu. Und es gab derer reichlich und ich erzähle euch einige in der Auswahl. Und das auch nicht zu umfänglich, denn da könnte man auch viele, viele Stunden mit verbringen. Das wollen wir aber jetzt hier nicht. Gucken wir uns mal an. Ich versuche da relativ zügig durchzugehen. Das erste Mal, hier ist es relativ alt, von 1990, verschiedene Buchstaben wurden gezeigt am Bildschirm und Nutzer sollten in diesen Buchstaben ein bestimmtes Zeichen suchen. Das war eine Aufgabe. Andere Aufgabe war, dass man eine Reihe von Wörtern hatte und musste darin eines finden, was zu den anderen nicht passte, also in einem anderen Kontext steht. Und das dritte war noch irgendwas Komplexeres mit Karten und auf dem Kartenhintergrund was zu suchen. Es wurde jeweils natürlich immer, das gilt jetzt für alle diese Experimente, Dark Mode und Light Mode verglichen und unterschieden. Und rausgekommen ist, dass in allen drei Experimenten im Light Mode, also bei der positiven Darstellung, erheblich bessere Leistungen erzielt wurden. Mehr korrekte Antworten in geringerer Zeit. Was also höhere Performance auf jeden Fall bedeutet. Und durchaus, also bei manchen war es nicht viel, da war der Unterschied nicht viel, da war es 2%. Aber bei anderen war es 31,6%. Ein gewaltiger Unterschied, dass der Light Mode besser abgeschnitten hatte als der Dark Mode. Nur jetzt kann man sagen, das ist jetzt von 1990, seitdem hat sich die Bildschirmtechnologie 20 Mal verändert. Vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig relevant. Es wurden aber natürlich auch weitere Ergebnisse gemacht, erheblich später. Zum Beispiel von Piepenbrock und Kollegen. 2013, Piepenbrock kommt jetzt noch häufiger vor, denn die hat mehrere Untersuchungen gemacht über die Jahre hinweg. Hier hat sich erstmal junge und alte Teilnehmer gehabt. Und viele dieser Tests sind jetzt ziemlich ähnlicher Art. Es werden Texte gelesen. Die Texte sind für die Zeit der Erledigung der Aufgabe eigentlich zu lang. Hier sind es 28 Texte. 50 Sekunden lang sollen die Leute diese Texte lesen und Fehler finden. Die Fehler sollen sie in diesem Falle hier laut aussprechen, in einem Mikrofon sprechen. Und am Ende sollen sie auch noch sagen, wo sie eigentlich angekommen sind. Das heißt, das letzte Wort, das wird auch noch ausgesprochen. Dann gibt es eine Überprüfung der Sehschärfe am Ende mit solchen Ringen, wie Sie hier unten sehen. Das sind im Prinzip so Cs, ein bisschen weitgeschlossene Cs. Und da sollen die Leute dann sagen, nach woher die offen sind, die werden in verschiedenen Größen gezeigt. So ein typischer Test, wie man den auch vielleicht beim Augenarzt schon mal gemacht haben könnte. Ergebnisse. Die Positivdarstellung ist durch die Bank besser als die Negativdarstellung. Das heißt, Light Mode ist performanter. Wie man das rechts auf dem Bild schön sieht, ist der Light Mode vor allen Dingen bei jüngeren Leuten performanter. Also auch bei den Älteren sieht man einen Unterschied, wenn ihr da mal guckt. Aber der ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei jüngeren Leuten. Das heißt, jüngere Leute profitieren vom Light Mode sogar noch viel stärker als ältere Leute. Was interessant ist, im Zusammenhang mit der Einschätzung am Anfang, dass vor allen Dingen jüngere Leute den Dark Mode benutzen. Passt nicht dazu. Das heißt, wenn es um Performance ginge, Lese-Performance in diesem Falle, dann müssten gerade die jüngeren Leute den Light Mode benutzen. Und die älteren Leute, die könnten auch ruhig den Dark Mode nehmen. Eine Annahme ist da drin, warum das so ist, warum bei den älteren Leuten, sagen wir mal, der Vorteil des Light Modes nicht so zum Tragen kommt, dass es mit der Streuung im Auge zu tun hat. Sei es, dass irgendwie vorne am Auge die Hornhaut oder so eine Streuung aufweist auf dem älteren Auge. Oder auch das Medium im Auge, also es ist ja Wasser dazwischen, zwischen quasi Pupille und Linse und hinten der Netzhaut, dass das irgendwie ein bisschen trübe ist. Und dann ist es natürlich so, wenn man viel Licht reinbringt beim Light Mode, dann streut das Merk. Dann steht man quasi im Nebel. Und da könnte der Dark Mode von Vorteil sein. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Anderes Experiment. Es mussten wieder Fehler gesucht werden. Dies waren es Kurzgeschichten. Drei Minuten hatte man Zeit. Die letzte Zeile sollte markiert werden. Ihr merkt, das ist immer ähnlich. Generell ist auch immer ähnlich, dass, sagen wir mal, die Bedingungen immer kontrolliert sind. Dass die Abstände zum Bildschirm immer gleich sind. Die Bildschirme immer gleich groß und sowas. Dass die Köpfe teilweise fixiert werden und so weiter und so fort. Das Interessante, was hierbei rauskommt, ist, es wurden viel mehr Fehler gefunden beim Light Mode. Also wieder, die Performance ist besser. Es wurde irgendwo getestet, hat die Umgebungsbeleuchtung was damit zu tun. Weil es wird ja häufig gesagt, Light Mode ist vor allen Dingen dann gut, wenn es draußen auch hell ist oder drumherum auch hell ist. Und wenn es drumherum dunkel wird, dann würde das nicht mehr so gut funktionieren. Das hat sich aber so nicht gezeigt. Ganz im Gegenteil. Es gibt offensichtlich keinen Einfluss der Umgebungsbeleuchtung, auf diese Performance zumindest. Und dann wurden noch Stressindikatoren gemessen. Also zum Wohl mit Fragebogen als auch mit Messung von Puls und Hautwiderstand. Und da gibt es alle möglichen Dinge, wie man Stress messen kann. Und es wurde kein Einfluss festgestellt. Das heißt, egal ob Umgebung zu Bildschirm ein starker Kontrast war oder nicht. Das war offensichtlich egal. Und ihr seht hier, die Zahl der entdeckten Fehler ist im Mittel. Also ein gewaltiger Unterschied, wenn ihr das seht. Vor allen Dingen bei Schwarz-Weiß, also wo dann Schwarz-Weiß und Weiß-Schwarz ausprobiert wurde. Schon erstaunlich. Hier haben wir wieder Piepenbrock. Hier wurde eine Hypothese überprüft. Nämlich die Hypothese, dass es daran liegt, dass generell mehr Licht kommt. Also oder hier, wie es formuliert ist, die Bildschirmhelligkeitshypothese wegen der erhöhten Leuchtdichte des Bildschirms. Daran würde es liegen. Es wurden wieder Texte dargeboten. Es waren wieder Fehler drin. Die Fehler mussten genannt werden. Das kennt ihr schon. Und was hat man festgestellt? Bei positiver Polarität ist die Pupille stärker geschlossen. Was logisch ist. Denn es kommt ja viel mehr Licht ins Auge, wenn der helle Bildschirm da ist. Und dann schließt sich die Pupille. Und das hat Vorteile. Das hat Vorteile dadurch. Erstmal generell optisch, wenn man eine kleinere Blende hat. Das kennt man auch vom Fotografieren. Wer von euch vielleicht fotografiert, weiß das. Wenn man die Blende weiter zumacht, dann wird mehr vom Bild scharf. Wenn man die Blende weiter offen hat, dann ist das mit der Schärfe eine kompliziertere Sache. Beziehungsweise die Schärfenebene, Schärfentiefe, sagt man auch, ist kleiner. Und es hat auch noch damit zu tun, dass auf der Augenoberfläche man ja oben die Hornhaut hat. Und die ist nicht bei allen Menschen gleichmäßig geformt. Ganz und gar nicht. Und ja, es sorgt dafür, dass diese ungleiche Formung, wenn da die Pupille weit auf ist, dann wird viel von dem Ungleichen benutzt. Und wenn es weiter zu ist, dann ist natürlich der Ausschnitt kleiner. Und diese ungleiche Formung hat weniger Resultat. Das Ergebnis, habt ihr hier, entspricht dem, was wir vorher auch schon wussten. Wenn ihr mal guckt, was die Leute besser und schlechter fanden, es wurde ja auch in der Umfrage gemacht, dann seht ihr überall, dass bei negativer Polarität, also beim Dark Mode, die höheren Zahlen sind. Außer an einer einzigen Stelle. Höhere Zahlen sind schlechter, weil immer über Schwierigkeiten hier gesprochen wird. Und der einzig negative Teil oder Aspekt vom Light Mode ist Glare, also Blenden. Man wird geblendet von dem Light Mode mehr als von dem Dark Mode. Das hätte man jetzt vielleicht sich auch denken können. Das konnte man erwarten, dass das so sein wird. Generell seht ihr aber unten bei Overall Preference, dass der Light Mode extrem präferiert wird. Mit 82 zu 18. Eriksen und All haben geguckt, ob die Ergebnisse, die wir bisher eigentlich so hatten, auch passen, wenn wir andere Arten von Ausgabetechniken nutzen. Wir haben jetzt immer auf Bildschirme geguckt oder über Bildschirme gesprochen. Hier wird untersucht, wie es denn ist, wenn man eine VR-Brille aufhat. Ein Oculus Rift war es in diesem Fall. Und es wurden Texte auf der Oculus Rift dargestellt mit verschiedenen anderen Dingen, die das beeinflussen könnten. Also es wurde noch eine zusätzliche virtuelle Beleuchtung da reingebaut, dass die Szenerie eine beleuchtete Szenerie ist. Oder es wurden zusätzliche Lichtquellen darin angebracht. Und es wurde dann untersucht, ob das eigentlich Auswirkungen hat. Was ist rausgekommen? Bei der Positivdarstellung, Light Mode, weniger Fehler. Kennen wir schon. Schneller bei Positivdarstellung. Also so gesehen ändert sich erstmal nichts. Es wurde auch rausgefunden, es gibt weniger Augenbelastung bei der Negativdarstellung. Das heißt, das Eye Strain, wovon am Anfang die Rede wurde, ist tatsächlich geringer. Bei dem Dark Mode, es hing stark ab, wie die Umgebungsbeleuchtung ist. Weil man guckt ja bei einer VR-Brille durch etwas hindurch. Bei dem Bildschirm haben wir gesagt, die Umgebungsbeleuchtung spielt offensichtlich keine so große Rolle. Wurde rausgefunden. Bei der Brille offensichtlich schon. Und es wurde festgestellt, dass es unter den Nutzern einen Trend zur negativen Polarität gibt. Das heißt, die Leute empfanden den Dark Mode als angenehmer und haben den präferiert. Hier mal etwas, wo der Dark Mode erheblich besser wegkommt. Wir müssen ihm ja auch mal eine Lanze brechen und tun das gleich sogar noch mehrfach. Jetzt hier gerade bei diesen Performance-Angaben war es jetzt immer so, dass der Light Mode besser war als der Dark Mode. Das ist auch in allen Ergebnissen so raus. Also auch, wenn hinterher was überprüft wurde, war immer das Ergebnis, dass man, wenn man solche Aufgaben hat, mit Light Mode besser dran ist. Hier wurde jetzt mal untersucht, hat Light Mode und Dark Mode eigentlich einen Einfluss auf die Entwicklung von Kurzsichtigkeit. Das ist ja ein großes Problem heutzutage, dass immer mehr Leute kurzsichtig werden, was häufig damit in Zusammenhang gebracht wird, dass Leute viel auf Bildschirme gucken. Vor allen Dingen Smartphones und so. Wenn man die sich so nah vor das Gesicht hält, spielen da offensichtlich eine große Rolle. Hier wurde jetzt untersucht, hat auch die Darstellungsart, Light Mode oder Dark Mode, einen Einfluss darauf. Leuten wurden wieder Texte gegeben, die sollten 60 Minuten Text lesen. Jetzt ging es nicht um Fehler, sondern die sollten einfach nur lesen. Und man hat dann bestimmte Messungen gemacht im Auge und hat sich die Aderhaut angeguckt. Das ist quasi der Teil des Auges hinter den Nervenzellen, die Hautschicht da oder die Gewebeschicht. Und er hat festgestellt, dass die dicker oder dünner wird, je nachdem, ob man Dark Mode liest oder Light Mode liest. Und herausgekommen ist, bei Negativdarstellung, also im Dark Mode, wird die dicker und bei Positivdarstellung wird die dünner. Eine Verdünnung dieser Schicht wird in Zusammenhang gebracht mit der Entwicklung von teilweise sehr starker Kurzsichtigkeit. Das Resultat war, dass hier gesagt wurde, viel Lesen im Light Mode, was ja auch heißt, viel Lesen auf Papier übrigens, kann das begünstigen, dass man, wenn man vor allen Dingen beim Auge im Wachstum, sich Kurzsichtigkeiten entwickeln. Und viel Lesen im Dark Mode kann das Gegenteil bewirken. Also hier kommt raus, Lesen im Dark Mode ist insofern für die Entwicklung des Auges besser. Hier noch zwei Studien, wo wiederum geguckt wurde, wie hat es was mit dem Alter zu tun? Oder beziehungsweise, es hängt ja nicht direkt mit dem Alter zusammen, sondern dann mit, sagen wir mal, körperlichen Veränderungen im Alter. Ja, die linke Untersuchung von Wang, da sollten Leute Icons suchen auf dem Bildschirm und sollten die anklicken. Also die konnten das natürlich vorher trainieren und welches Icon wofür steht. Und dann wurde ihnen gesagt, klicken Sie mal das Icon so und so an. Und das haben die gemacht. Alle waren besser bei hellerer Umgebungsbeleuchtung, oder der Tendenz war besser bei hellerer Umgebungsbeleuchtung. Und die negative Polarität war unbeliebter und hat auch länger gedauert. Okay, soweit so gut. Jetzt ist immer noch die Frage, mögen auch wieder Gewohnheitseffekte eine Rolle spielen? Beim Rechten ging es wieder um, von Legge et al., schon ein bisschen älter, es ging um Text zu lesen. Leute sollten Worte vorlesen und es wurde dann geguckt, haben die das richtig vorgelesen. Und da wurde dann so mitgezählt. Also es wurde quasi ermittelt, wie weit kommen die Leute eigentlich in der gegebenen Zeit und wie viele Fehler machen die. Und dann wurde eine Leserrate bestimmt. Das gleiche wurde auch gemacht, indem man Text am Bildschirm hat scrollen lassen und dann geguckt, bis zu welcher Geschwindigkeit klappt das eigentlich noch. Also auf zwei verschiedene Arten und Weisen eine Leserate ermittelt. Und rausgekommen ist, dass bei älteren Leuten die Leserate um 50% höher war im Dark Mode. Was interessant ist, wie kommt das zustande? Es widerspricht erstmal zum einen so ein bisschen dem, was wir vorher hatten, wobei es jetzt hier nicht, es ist auch eine andere Aufgabe. Vorher sollten Fehler gesucht werden, das möglichst schnell, jetzt sollte vorgelesen werden und das möglichst schnell ohne Fehler. Das ist natürlich nicht die gleiche Aufgabe. Also deswegen kann auch da durchaus ein bisschen unterschiedliche Sachen rauskommen. Interessant ist aber auf jeden Fall ein Vorteil des Dark Modes hier oder sagen wir mal zumindest kein Vorteil des Light Modes, den wir sonst vorher immer hatten. Und der Vorteil, der hier gemessen wurde, war ja sogar sehr hoch. Und dann kann man fragen, woran liegt das? Und eine der Hypothesen, die dann aufgestellt wurden, der Annahmen, die dann gemacht wurden, ist, es liegt an dem Cloudy Ocular Media. Das heißt also, das Kammerwasser im Auge ist nicht mehr transparent, sondern trübe. Und wenn das passiert, dann hat man eben diesen Effekt, den ich vorhin schon mal genannt habe. Man steht quasi im Nebel beim Light Mode und im Dark Mode ist das erheblich angenehmer. Das heißt, interessanterweise, ältere Leute könnten vom Dark Mode stärker profitieren, nutzen ihn aber nicht. Jüngere Leute können vom Dark Mode insofern profitieren, als dass sie ihre Kurzsichtigkeitsgefahr verringern. Ansonsten haben sie aber nur Nachteile durch den Dark Mode. Die nutzen den Dark Mode aber. Es gibt übrigens Bereiche, in denen der Dark Mode noch andere Zusammenhänge hat, als nur, sagen wir mal, eine Präferenz von einem zum anderen oder ob man besser oder schlechter lesen kann damit. Und die Klassiker dafür, da ist der Dark Mode auch als erstes aufgekommen, ist einmal die Bild- und Fotobearbeitung. Denn bei der Bild- und Fotobearbeitung sagt man, das Medium soll stark im Vordergrund stehen und das User Interface soll sich stärker nach hinten nehmen. Und zum anderen im Bereich der Programmierung. Im Bereich der Programmierung geht es nämlich darum, dass man ein Syntax-Highlighting machen will. Und wir werden noch sehen, dass ein Syntax-Highlighting mit Farben, Syntax-Highlighting funktioniert ja mit Farben, im Dark Mode erheblich besser funktioniert. Wenn ich in Light Mode nehme, kann ich viel schwerer nur mit Farbenunterscheidung der Buchstaben vornehmen. Im Dark Mode funktioniert das hingegen sehr gut. Aber viele Menschen haben ja Probleme mit dem Dark Mode. Das heißt, man soll das nicht erzwingen. Man darf das nicht erzwingen. Das heißt, baut bitte keine User Interfaces, die nur einen Dark Mode haben, sondern erlaubt den Leuten immer das Umschalten auch auf den Light Mode. Fassen wir mal ein bisschen zusammen. Nachteile der Positivdarstellung. Helligkeitsanpassung des Auges, wenn der Bildschirm heller leuchtet als die Umgebung ist. Haben wir zum einen festgestellt, offensichtlich haben die Leute das nicht so sehr als Problem empfunden. Und man kann das auch minimieren, denn man kann die Helligkeit von Bildschirmen ja auch reduzieren. Man muss ja nicht volle Pulle den Bildschirm ein ins Auge strahlen lassen, sondern man kann die Helligkeit ja runterstellen. Grafische Elemente der GUI treten in den Vordergrund. Das ist in wenigen Use Cases relevant und liegt auch eigentlich nicht am Dark Mode und Light Mode, wie ich euch gleich nochmal zeigen werde. Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten von Text sind eingeschränkt. Und das habt ihr vielleicht jetzt gerade nicht gemerkt. Seht ihr, dass ich den Buchstaben T im Text in einer anderen Farbe gesetzt habe? Ne, sieht man fast gar nicht. Unten, wenn ihr dann mal guckt, dass ich das bei dem M gemacht habe, sieht man sehr wohl, sehr gut. Also das ist tatsächlich ein Nachteil bei der Positivdarstellung. Ist allerdings oft auch nicht relevant. Wenige Use Cases, in denen das relevant ist. Die Sache mit der Augenerkrankung, Eintrübung des Kammerwassers. Also man steht im Nebel, wenn man so viel Licht ins Auge kriegt. Das ist richtig. Ist natürlich ein Aspekt der Barrierefreiheit, der auf jeden Fall zu beachten ist. Und wo man drauf achten muss, dass man andere Möglichkeiten anbietet. Dann wird der Dark Mode von vielen als unangenehmer empfunden. Dagegen ist nichts zu sagen. Empfindungen können wir ja nicht ändern. Und er fördert die Entwicklung von Kurzsichtigkeit. Das ist auch etwas, was ich auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen will. Auch kein Gegenargument habe, wenn das so herausgefunden wurde. Gucken wir mal bei Nachteilen der Negativdarstellung. Da ist herausgefunden worden, in anderen Studien, die ich euch jetzt hier nicht genannt habe, für gleich gute Lesbarkeit braucht man einen höheren Kontrast. Aber das kann man ja machen. Also das kann man ja entsprechend ausgleichen. Der hohe Kontrast bei niedriger Umgebungshelligkeit ist ein Problem. Also wenn ich es dunkel habe und der Bildschirm ist auch dunkel, bis auf ein paar sehr helle Buchstaben, dann hat man das Problem, dass diese hellen Buchstaben für Nachbilder sorgen können. Das heißt, man liest irgendwie einen Text, guckt sich den an, dann guckt man auf eine neutrale Wand und dann sieht man nach wie vor die Zeilen. Das ist natürlich ein Effekt, den man auf jeden Fall vermeiden sollte. Man könnte den vermeiden, indem man den Kontrast niedriger macht, dass man also nicht weiß auf schwarz, sondern hellgrau auf dunkelgrau macht. Aber das widerspricht natürlich dem Ersten. Also wir brauchen einen höheren Kontrast. Dann, und das ist das Wichtigste, 50% der Menschen haben einen Astigmatismus, also eine Hornhautverkrümmung. Das ist also nicht mehr eigentlich im Bereich der Barrierefreiheit, wo man sagen würde, für Leute mit irgendwelchen Einschränkungen müssen wir etwas entwickeln. Bei 50% der Menschheit kann man ja schon sagen, ja, das ist ja keine Ausnahmeerscheinung, sondern das ist ja ein Großteil der Menschheit oder ein großer Teil der Menschheit. Das heißt, die sehen bei offener Pupille schlechter als bei geschlossener Pupille. Und denen sollte man natürlich Rechnung tragen, also besser keinen Dark Mode erzwingen, sondern den Leuten die Möglichkeit geben, den Dark Mode auch auszuschalten. Und dann ist bei heller Umgebung eine häufige Helligkeitsanpassung des Auges nötig. Das heißt, wenn es draußen hell ist und der Bildschirm ist dunkel, dann habt ihr eigentlich das Umgekehrte wie oben. Also wenn ich hin und her gucke zwischen dem dunklen Bereich und dem hellen Bereich, dem dunklen Bereich, dem hellen Bereich, dann ist das Auge die ganze Zeit dabei, Anpassungen zu machen, sowohl mit der Pupille als auch mit Hemmungen auf der Netzhaut. Und der Nachteil ist, das kann man nicht korrigieren. Beim Light Mode kann man es korrigieren. Das heißt, man macht das Ganze dunkler. Dann ist, sagen wir mal, der Kontrast zur Umgebung nicht mehr so stark. Das kann ich aber bei dem Dark Mode nicht so richtig machen, denn der Großteil ist immer dunkel. Ich kann den dunklen Teil ja nicht heller machen. Ich kann das, was hell ist, nicht ganz so hell machen. Aber ich kann das Dunkle nicht ganz so dunkel machen. Das funktioniert ja nicht. Ich kann ja schwarz nicht heller und dunkler machen. Es sei denn, ich produziere wieder den Kontrast. Aber darum soll es ja wiederum nicht gehen. Okay. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, Leute nicht zum Dark Mode zwingen, aber auch Leute nicht zum Light Mode zwingen. Das heißt, idealerweise umschaltbar machen, Dark Mode und Light Mode anbieten. Denn Leute haben verschiedene Präferenzen. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile. Es gibt verschiedene Situationen. Und das sollte man den Leuten durchaus überlassen, das selber auswählen zu können. Ganz wichtig, und damit schließe ich das Ganze jetzt gleich, ist es, dass man die eigentlichen Gestaltungsbereiche nicht außer Acht lässt. Denn es wird dem Dark Mode und dem Light Mode etwas zugeschrieben, was eigentlich ihm gar nicht innewohnt. Nämlich zum Beispiel diese Sache, dass ob ein User Interface in den Hintergrund tritt oder in den Vordergrund tritt, mit dem Dark Mode und dem Light Mode zu tun hat. Das ist nur in sehr geringem Maße so. Und es ist definitiv nicht so, dass durch den Dark Mode per se das User Interface in den Hintergrund gerät oder mehr in den Hintergrund tritt, wie das zum Beispiel von Apple propagiert wurde. Und das zeige ich jetzt mit Beispielen von Apple. Schaut euch diesen mal an. Das sind die Systemeinstellungen von meinem Mac. Und was ihr daran seht, dass mein Name draufsteht. Und einmal im Light Mode, einmal im Dark Mode. Sonst gibt es hier keinen Unterschied. Jetzt schaut euch das mal an. Habt ihr jetzt den Eindruck, dass die Icons im Dark Mode mehr in den Hintergrund treten? Also ich nicht. Ganz im Gegenteil. Die poppen sogar. Die leuchten richtig kräftig. Natürlich könnte man die Icons im Dark Mode in den Hintergrund treten lassen. Dann müsste man sie ein bisschen anders gestalten. Man könnte sie auch im Dark Mode in den Hintergrund treten lassen. Dann müsste man sie etwas anders gestalten. zum Beispiel nicht so knallige Farben verwenden. Wie zum Beispiel bei dem Batterie-Icon oder bei dem Schreibtisch-Icon. Und je nach Hintergrund. Das Icon ist ja jeweils das gleiche geblieben. Das heißt, der Kontrast von Vordergrund zu Hintergrund, der macht natürlich aus, ob etwas in den Hintergrund tritt oder in den Vordergrund tritt. Das Spotlight-Icon zum Beispiel ist stärker in den Hintergrund getreten. Während zum Beispiel das Monitore-Icon jetzt viel stärker hervordringt, weil dieses hellblau auf fast schwarz viel stärker hervordringt, als das hellblau auf fast weiß, wie man es auf der linken Seite hatte. Anderes Beispiel aus dem Programm Keynote, mit dem ich euch hier diese Folien gerade die ganze Zeit zeige. Da gibt es rechts so eine Leiste, da kann man Dinge formatieren. Das kennt man auch aus anderen Programmen. So, schaut euch das mal an. So sieht diese Leiste aus im Light Mode und so sieht sie aus im Dark Mode. Aha, die Elemente des User Interfaces fallen viel weniger ins Auge. Ja, tatsächlich? Also finde ich nicht. Im Gegenteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, die fallen jetzt viel, viel mehr ins Auge, denn dieser Kontrast der Buttons da ist viel stärker geworden und auch dieses Blau ist nicht weniger auffällig geworden, dadurch, dass es im Dark Mode ist. Man kann in den Systemeinstellungen diese Highlight-Farbe ändern. Dann sieht es zum Beispiel im Light Mode so aus. Das ist eine Einstellung, die wirklich dafür aufsorgt, dass das User Interface, die User Interface Elemente nicht mehr so stark ins Auge fallen und eine wichtige Gestaltungsmöglichkeit, die wir haben, hier solche Farben zu wählen. Aber es hat nichts mit Dark Mode und Light Mode zu tun, sondern es hat damit zu tun, mit der Farbwahl und mit dem Kontrast, den wir haben zwischen Vordergrund und Hintergrund. Ich kann nämlich auch was ganz anderes wählen, dann sieht es so aus. Und jetzt haben wir im Light Mode ein sehr auffälliges Design und im Dark Mode wäre das auch sehr auffällig, wenn nicht sogar noch viel auffälliger, weil dieses hellrot auf schwarz, dann haben wir wieder diesen Alpecineffekt, das drückt dann richtig ins Auge. Es ist also hier eine Frage des Kontrastes und der Farbwahl, nicht der Polarität. Die Polarität spielt dafür gar nicht so sehr die Rolle, wie man meinen könnte. Es ist eine Präferenzfrage und es gibt bestimmte Gegebenheiten, wo das eine oder das andere besser ist. Deswegen ist eine Wahl angebracht. Aber es ist nicht das eine ergonomisch besser als das andere. Das kann man so pauschal, so platt überhaupt gar nicht sagen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man die Leute nicht in irgendeine Richtung zwingt. So, das soll mal die Erkenntnis hier sein für diesen neuen Video, neuen Inhalt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal.